Wenn man in Baden das Wort Spätburgunder in den Mund nimmt, dann führt definitiv kein Weg an Joachim Heger vorbei. Joachim ist einer der besten Winzer Badens und gerade in seinen Ehringerlagen fühlt sich der Spätburgunder besonders wohl. Zum einen liegt das sicher am Klima, aber auch an den vulkanischen Böden der Region. Der Spätburgunder Oktav ist ein Wein, der von einer wunderbaren Feinheit und einer seidigen Art geprägt ist. Sehr elegant, unbedingt probieren.